Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, Beraterin, vergleiche auch mit der Numerologie, Astrologie, wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, was fühlt er für mich und was geht so gerade mit meinem Wunschpartner ab? Das ist so das Beliebteste, was gefragt wird. Also Liebe ist da immer so das große Thema meistens. Ja, also manchmal geht es auch im Beruf natürlich auch mal um Gesundheit in den Beratungen, die wir so anbieten. Wir Berater entweder an den Hotlines oder privat oder wie auch immer. So und da möchte ich ganz gern mal hier heute mal was ganz Neues, also was ganz anderes mal bringen irgendwie. Gestern wollte ich in meine Heimatstadt fahren. Also Heimatstadt, da wo ich halt aufgewachsen bin, um mal so alle möglichen Leute mal wiederzusehen. Und in letzter Zeit war es bei mir irgendwie so, ich erzähle die Geschichte, weil sie eigentlich ganz gut passt. In letzter Zeit war es bei mir so, dass ich da so eine Veränderung hatte im Leben und dann irgendwie überlegt habe, wo bleibe ich, wo will ich hin, wo möchte ich wirklich wohnen wieder. Kann ich die Zeit eigentlich zurückdrehen, wenn ich wieder zurückgehen würde, da wo ich hergekommen bin halt. Also in meine alte Stadt sozusagen. Und irgendwie alle Zeichen, und das finde ich dann immer so interessant, wie das Universum mit einem spricht. Also ich bin dann eine, ich bestelle auch mal Zeichen und möchte auch ganz gern mal wissen, ist das dann alles so korrekt oder gibt es was Besseres? Und alle Zeichen waren auf Nein. Ich habe jetzt auch wieder eine Beschäftigung in Konstanz zum Beispiel gefunden. Das ist hier sehr nah dran, wo ich gerade wohne. Also es haben sich ganz andere Sachen ergeben, als eigentlich mit meiner Vergangenheit wirklich zu tun hatten oder mit dem Ort, wo ich hergekommen bin. Und das ist dann für mich auch stimmig, wenn da so viele Zeichen dann so kommen. Und also ganz, ganz witzig. Und jetzt wollte ich aber trotzdem mal irgendwie zurückfahren, um auch einfach mal alte Leute wiederzusehen und auch mal auf einem Konzert zu spielen. Also ich bin auch Sängerin und Musikerin und habe auch ganz viel Musik auf meinem Kanal und Kunst auch. Also schau ruhig mal vorbei, wenn du sowas magst. Und da hätte ich zum Beispiel auf einem Geburtstag gespielt, am Klavier mal gesungen etwas. Und Leute, wisst ihr, was gestern passiert ist? Gestern stand ich dann vorm Zug und das Ding ist mir gerade vor der Nase weggefahren. Und dann habe ich mir so gedacht, komm, ist jetzt gut. Es ist gut, es ist vorbei, es ist vorbei. Und ich brauche mir das Herz auch nicht nochmal brechen zu lassen, indem ich dann am Montag wieder weggefahren wäre. Manchmal müssen wir einfach loslassen, einen Schlussstrich machen. Ob das alte Freunde sind, ob das Familie ist. Nicht jeder muss so einen krassen Schlussstrich machen, aber manchmal ist das angebracht. Und wenn man sich in die falschen Männer verliebt, dann ist das umso doppelt und dreifach angebracht. Hier ist einfach mal eine Story über eine Frau, die einfach bei dem falschen Mann ausgeharrt hat und so diese Weibchenrolle übernommen hat. Und am Ende von dieser Weibchenrolle Familie zusammenhalten, keine Ansprüche stellen, ihn da ziehen lassen in diese Welt. Ach, weiß der Geier. Sich danach verarschen lassen. Finanziell auf dem Nassen sitzen, absolut, weil er natürlich ja alles verspielt hat hier. Um wen geht es? Thomas Middelhoff. War Deutschlands Star-Manager, er studierte seine Frau mit ihm oder so. Ne, er stützte seine Frau mit ihm. Wer ist Cornelia Middelhoff? Cornelia Middelhoff lebt heute zurückgezogen irgendwo und er ist mit einer Jüngeren, 20 Jahre jünger als er, nachdem er dann im Knast war und Schuldenberge und weiß der Geier. Diese Frau, die hat ihr ganzes Leben für ihn aufgeopfert, für diesen Mann. Sie waren angeblich anscheinend schon zusammen, aber eigentlich haben sie sich auseinandergelebt. Er ist da rumgereist und weiß ich nicht. Ich habe mir diese Zeitschrift jetzt mal geholt, weil ich eigentlich ganz gern einfach im Zug irgendwas Blödes zu lesen haben wollte. Aber ich bin ja nicht gefahren und jetzt liegt das Ding hier rum. Aber ich habe den Artikel gestern gesehen und es war jetzt auch nicht umsonst, diese Zeitung geholt zu haben. Die hat halt ihr Leben verspielt für einen Mann, den sie geliebt hat und das ist einfach ein Fehler, den wir Frauen niemals mehr tun sollten. Wir sollten uns echt auf uns selbst besinnen, egoistischer sein. Es ist kein Mann, es ist einfach diese Scheiße wert, das halt gewartet wird, teilweise Jahre. Das sind so viele tolle Männer um uns herum. Das ist vor allen Dingen, viele Frauen, die wollen halt auch immer noch so diesen dicken Fisch an die Angel. Ich bin auch ein bisschen so, ich habe auch diesen Jagdtrieb. Ich glaube, das ist auch normal, weil das ist so, wir kriegen ja auch Kinder und wir wollen ja auch keine Kinder haben, die dann am Ende irgendwie, ich sag mal, den Euro zehnmal umdrehen wollen. Das ist einfach genetisch, das ist wie ein Wurzelchakra, das ist überlebensmäßig so geregelt, dass wir Frauen da auch drauf schauen sollen, dass wir nicht den letzten Idioten da an Land ziehen. Das ist ganz klar. Aber wenn der Preis so hoch ist und wenn sich ein Typ jahrelang nicht meldet und man weiß ja auch die Hintergründe nicht, was wir Kartenleger sehen, ja, wir können schon sehen, was das für ein Mensch ist, wir können schon sehen, was der an der Hacke hat, wir können schon sehen, was der gerade in seinem Leben macht, aber wir können niemals alles sehen, wir können niemals den komplett beleuchten, wir können niemals in ein Leben zu 100 Prozent reingucken, wir können nur die Tendenzen gerade abschauen, die jetzt gerade relevant und wichtig sind. Und wenn das jahrelang geht oder man nicht loslassen kann, Dinge, die loszulassen sind, dann macht man sich nur unglücklich, ja. Und das ist irgendwie sowas, das wollte ich einfach mal sagen, weil die Frau, die lebt jetzt da irgendwie zurückgezogen, hat, glaube ich, einen Berg voll Schulden. Er war so der Star-Typ und hat dann irgendwie das ganze Geld verzockt im Prinzip und ist dann im Knast gelandet, ja, so lange Story, kurzer Sinn jetzt einfach mal. Er hat nichts für sich getan, er hat sie dann verarscht mit einer Jüngeren irgendwie. Wie krass ist das denn? Also ich würde mir in den Arsch beißen, wenn mir jemand sowas antun würde, ja. Ja. Gibt nette Männer, ja, die haben vielleicht nicht so dieses Geld. Und das ist auch nochmal sowas, dieses dicke Geld auf dem Konto. War hier ja kein dickes Geld auf dem Konto, das war ja mehr Schein als sein im Umkehrschluss. Ja. Also der Mann von nebenan, der weniger verdient oder was weiß ich, oder irgendwie nicht so schillernd rüberkommt, wo man nicht denkt, dass der so eine Familie gut ernähren kann. Natürlich sind wir auch alle ehrgeizig und wir können alle auf unseren Beinen stehen. Wir brauchen ja keinen Versorger. Das braucht eine Frau von heute ja nicht. Wir haben ja, anders als sie, auch eine Vorsorge, auch eine Schönheitsvorsorge, weil wir werden ja auch älter. Ich habe meine Schönheitsvorsorge, ganz klar. Ich habe meine Kohle auch für mich, ja. Leute, wirklich liebt euch selber und Selbstliebe ist auch, selber Entscheidungen treffen. Welche Muskeln setze ich lahm und welche Muskeln trainiere ich? Scherz beiseite. Aber ey, so ist es halt. Ja, lass die Leute doch labern. Es ist dein Leben. Und am Ende, ganz ehrlich, wenn ich die Tochter wäre von dieser Frau Cornelia Mittelhoff, ich meine, mir würde meine Mutter leid tun, aber ich hätte keinen Respekt vor ihr. Also was heißt, ich hätte keinen Respekt vor ihr? Ja, ich hätte keinen Respekt vor ihr. Und was ist das denn? Du stirbst im Leben und es ist halt so, du warst kein Vorbild für niemanden. Für deine Tochter warst du kein Vorbild. Was ist denn das für ein Dasein gefristet, wenn du kein Vorbild bist für keine Sau? Was ist denn das? Habt ihr da Bock drauf? Ich habe da auf keinen Fall Bock drauf. Gehe ich lieber hundertmal irgendwie, dann gehe ich lieber durch diese Kälte. Ich gehe lieber durch die Einsamkeit. Einfach um härter zu werden. Wirklich. Um einfach wirklich mich abgrenzen zu können am Ende. Mich abzuhärten. Und einfach schon, wir sind Frauen, wir sind dieses Emotionales. Das ist jetzt mehr so ein Video vielleicht für Frauen, kann man irgendwie sagen. Also wenn es jetzt ein Mann guckt, auch gut, ja. Ich meine, ihr habt ja auch, ihr seid ja auch Loslasser. Ihr seid ja auch Menschen, die ja auch mal emotional sind. Das ist ja ganz logisch. Und ihr sollt ja auch emotionaler werden. Und wir müssen aber selbstständiger werden. Ich glaube, das ist halt so, der Mann muss heutzutage seine innere Frau mehr leben. Weil ihr könnt eigentlich ganz oft ja auch schon das irdische, weltliche besser, oft besser als wir. Wobei, das hat sich jetzt auch verschoben. Wir sind ja auch eine andere Generation, das ist ganz klar, ja. Aber so irgendwie, ich glaube, von der Tendenz ist das ein bisschen so, dass wir einfach noch viel mehr vielleicht selbstständiger werden müssen. Oder auch wirklich auch total stabil sein müssen, auch in vielen Dingen. Und auch emotional, wir Frauen jetzt, weniger uns da verleiten lassen von Emotionen auch. Aber wir haben das in Hülle und Fülle, diese Emotionen. Und wir sind ja auch schließlich die, die die Kinder kriegen, ja. Machen uns nichts vor, das ist halt so. Und bei den Männern ist es aber so irgendwie, es führt auch zu nichts, wenn man eine Frau irgendwie emotional da arbeiten lässt, gell. Und selber nichts macht. Das ist auch, das geht auch nicht. Die Zeiten sind auch vorbei. Ja. So viel dazu. Ihr wisst, ihr wisst nicht alles über eure Wunschpartner. Wisst ihr nicht. Kann das totale Arschloch sein. Und das Universum, das Universum hat für mich gesorgt gestern, dass es mir halt die Tür, die Zugtür vor der Nase zugezogen hat und ich den Zug nicht mehr aufgekriegt hat. Genau eine Sekunde davor. Ein Verpeiler. Hätte man jetzt sagen können, naja, das hätte jetzt nicht passieren müssen. Ne, sowas passiert mir normal auch. Mir passieren auch mal irgendwie die ein oder anderen Verpeiltheiten, logisch. Aber, ne, so krass eigentlich nicht, ja. Also das war schon so, naja, für mich war es irgendwie klar, was nicht mehr geht. Insgesamt, ja. Also das war aber nur so ein bisschen meine persönliche Story und das andere ist halt einfach wirklich dieses, das ist nicht alles Gold, was glänzt, meine Lieben. Also wer da jetzt so ein bisschen irgendwie denkt, er hätte so den Traumprinzen gefunden, vielleicht ist es wirklich gar nicht so. Und vielleicht möchte wirklich gerne irgendwie dein Schutzengel, dass du da einfach nicht hingehst. So, okay. Und einfach Dinge auch vielleicht vorbei sind und es auch okay so ist. Okay. Also ich wünsche euch alles Liebe, sorgt gut für euch und scheiß darauf, was andere Leute denken. Es wird immer geschwätzt und gerade diese ganzen Frauengruppen labern sich einen ab. Anstatt einfach selber ihre Frau zu stehen und selber irgendwie Verantwortung zu übernehmen für sich, für ihr Leben, wird in diesen ganzen Kaffeegruppen geschwätzt und hinterm Rücken noch gelästert. Also und das ist ganz oft so. Und du bist nicht so, du bist stark. Ich auch, ne. Und es gibt nette Leute und es gibt auch dumme Leute und wir suchen uns die netten aus. Also in dem Sinne, danke fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und komm zu meinem Kanal, es ist super. Und vor allen Dingen, ich mache das, damit ihr glücklich seid und damit ihr einen Smile in eurem Gesicht habt, weil es ist euer Leben und ich hoffe, ja, ich wäre stolz, wenn du dich halt für meinen Kanal entscheidest und meinst, dass es dich bereichert und nicht, weil irgendwie, äh, was weiß ich nicht, ja. Lebe dein Leben. Bis dann. Ciao. Das war Michelle D. mit dem tollen Video hier zu so einem Arschloch. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.